Ja, hallo und herzlich willkommen! Unsere kleine Pia Maus ist ein Kind für alle Fälle und natürlich auch für den Regen- und Gewitterfall, wo sie auch gerne mal ins Tal blickt und hofft nicht nass zu werden. Oder vielleicht hofft sie doch nass zu werden, denn sie ist bestimmt schon wieder fast auf dem Weg nach unten, oder Pia? Wie schaut's aus? Wie ist das Wetter da oben? Ja, aber du hast ja jetzt auch den ganzen Spielplatz hier für dich alleine. Das hatten ja deine Schwestern auch schon. Und ja, es regnet. Wunderbar. Und unsere kleine Pia Maus ist einfach mal voll unterwegs hier. So, und rüber zur Schaukel. Wahnsinn! So, dann wünsche ich dir noch viel Spaß, Pia. Du bist aber schon durchnässt, du könntest langsam mal reinkommen. Caroline ist bestimmt auch schon besorgt, oder Caroline? Was machst du gerade? Ah, du bist eher besorgt um dein Essen. Alles klar. Das ist natürlich verständlich. Wie schaut das denn aus, so dein Essen? Das sieht aus wie eine Pfanne, nicht wie Essen. So, jetzt sieht's aus wie Essen. Alles klar. So, dann zeig uns mal dein Essen. Ah, okay. Das schaut gar nicht so verkehrt aus, Caroline. Du könntest das dann eigentlich jetzt mal irgendwie irgendwo hinstellen. Genau. Fisch und Chips waren das, genau. Ah, Mensch. Könnte ich auch mal wieder essen, ey. Ich glaube, ich mach mir das gleich. Genau. Verfeinert ist mal noch schön. Und dann kannst du es gerne wegstellen. Oh, es donnert immer noch. Wuhu! Ich find es so toll, wenn es donnert. Es ist doch so, so herrlich. So, hier. Reste wegstellen. Sieht der Tisch eigentlich sauber aus? Ja, der sieht sauber aus. Sehr gut. So, Caroline, fängst du jetzt auch bald mal an zu arbeiten? Yay! Caroline fängt am Samstag an zu arbeiten, wie es ausschaut. Das freut mich natürlich. Aber wir könnten ja auch mal eigentlich eine Lebenszeitbelohnung kaufen, oder? Hatten wir uns da irgendwas schon ausgesucht für sie? Oder eher nicht? Ich weiß es gar nicht mehr. Hm. Was wäre denn hier praktisch für sie? Klongutscheinen. Ja, ja. Zwei Carolines. Das wäre ja lustig. Klimakontrollmaschine. Stein der Weisen. Was macht denn der Stein der Weisen? Die Goldherstellung aus gewöhnlichen Objekten ist nichts für Hobby-Alchemisten. Ah, das ist... Das ist... Wenn man... Ist das nicht da, wo man dann irgendwie irgendwas anfasst und es wird zu Gold oder so? Das hatte ich, glaube ich, schon mal. Äh, der verstaubte alte Lampe. So ein Gin wäre ja auch lustig, ne? Wollen wir uns mal einen Gin kaufen? Ich weiß es gar nicht. Ne, komm, wir können uns mal diese Nanny hier kaufen. Hier, Mega-Nanny. Das ist ja extrem praktisch. Was können wir mit Paul? Ja, komm, dann kaufen wir uns mit Caroline noch diese alte verstaubte Lampe, weil ich hab echt Lust auf einen Gin gerade. Ist dann so der erste magische Kontakt bei der Familie Sitche. So, du, 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 ты, Sorglos. Was ist das? Okay, Spaß schneller. Der ist wohl vielleicht auch nicht schlecht. Mmh, 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 hmmh. Ja, aber es gibt so tolle Sachen, ne? Der Walking-Nator, was ist das denn? Du kannst mit dem Wolkenstrahl nicht... Achso, das ist so ein Wetterding. Alles klar. Ja, brauche ich nicht. Ich will jetzt hier meine verstaubte alte Lampe haben. So, Caroline, wir holen mal diese Lampe hier raus. Ich will jetzt sehen, was diese Lampe kann. So, äh, ja, machen wir die Lampe sauber, Caroline. Das ist eine Wahnsinns-Idee. So, okay, das ist ja gerade irgendwie nicht so Sinn der Sache. Caroline, wo bist du? Caroline! Leute, da! Ah, Caroline ist wieder da. Ich dachte schon, sie ist unsichtbar. Wäre ein bisschen ungünstig gewesen. So, Caroline, mach die Lampe sauber. Ich will sehen, wie du die Lampe sauber machst. Caroline, wo gehst du hin? Caroline! Caroline, rennt weg! Die will mich nicht mehr. Die findet mich bestimmt voll nervig. Weil ich sie überall hin stalke. Ich stalke durchs Henster, Caroline. Ich folge dich, äh, bis ins nächste... Zimmer. Dann wieder hier bei dem... äh, in der Kindertagesstätte, wo wir dich verfolgen können, meine Liebe. So, das ist aber schön. Dann zeig uns jetzt deine verstaubte Lampe. Ich will endlich mal sehen, wie dieser dolle Djinn denn ausschaut, wenn er aus der Wunderlampe tritt. Caroline! Entstaube die Lampe! Nicht erst in zwei Jahren. Sie steht da wie in so einer Schockstarre, ne? Als wenn irgendwie sie so von irgendwas kontrolliert wird. So, Caroline, bleib da stehen! Und dann hat sie so einen starren Blick und... Tommy-mäßig bleibt sie da stehen und wartet. Ey, Caroline, ganz ehrlich, langsam könntest du mal hier Freundschaft mit deiner Lampe schließen. Wenn du das hier ewig nicht machst, ist das ja auch voll doof. So, dann mach ich mal hier die Wände runter, damit wir sie auch beobachten können, falls jetzt hier irgendwie was, äh, Spannendes passiert. Was macht denn Preston in der Zwischenzeit? Genau, Preston, du könntest dich mal hier mit deinem imaginären Freund, äh, anfreunden. Dann geben wir dem Ganzen mal einen jungen Namen. Na, Fluffy irgendwie mal nicht, ey. Ich nenn doch, äh, den imaginären Freund nicht wie einen Hund. Vielleicht Fluffy oder so. Hm. Hm, hm, hm. Ähm, ich hab echt keinen Namen. Ich weiß nicht, Stinky ist irgendwie doof. Ich hab grad einen anderen Namen, aber den sag ich euch nicht. Äh, 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 wir nennen ihn jetzt einfach mal Alupa. So, äh, ja, wir könnten Alupa auch mit ER schreiben, das wäre ein bisschen männlicher in der Endung, aber, naja, das bleibt jetzt ein A. Das ist, das ist, das ist einfach lustiger. So. Ach, Mensch, Caroline, was, was dauert das denn so lange? Du müsstest die Lampe auch mal sauber machen, damit sie funktioniert. Ja, keine Ahnung. So, schauen wir doch mal schnell hoch, äh, runter zu Pia. Die sollte hier mal langsam aus dem Regen raus. Nicht, dass sie noch von Blitz getroffen wird oder ähnliches. So, dann kannst du gerne mal hier auf Toilette gehen, meine Liebe. Und dann kannst du mit Bauklötzchen spielen drinnen oder hier noch ein bisschen, äh, ja, ein paar Baditen fassen. So, Melinda, was machst du jetzt hier gerade oben? Du stehst da noch vom Spiegel rum, okay. Ähm, ja, ganz ehrlich, Paul, du kannst dich mal hier auf Toilette setzen. Mal gucken, was sie davon hält. Äh, Melinda, genau. Und Preston, ja, dafür, ja, natürlich müssen wir uns auch mal kümmern. Aber Caroline schafft es ja einfach nicht, ihre verpisste, blöde Lampe zu reinigen. So, dann müssen wir Caroline mal resetten. Gott, in jeder Folge resette ich jetzt irgendwen hier. Äh, da, 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 da. Äh, hab ich jetzt, nee, Caroline hat, äh, zu viel Ars drin, ne? So, äh, ja. So, Caroline, deine Bedürfnisse sind dementsprechend schlecht. Aber immerhin bewegst du dich mal wieder. Das ist doch auch nicht schlecht. So, und jetzt, äh, staubel mal bitte die Lampe. Funktioniert das jetzt mittlerweile? Das wäre doch mal echt ein Erfolg. Ohne, dass du hier einfrierst und dich nie wieder bewegst. Caroline. Wuhu. Ja, wozu kaufe ich mir so eine Lebenszeit, äh, Lebenslaufzeitbelohnung, wenn das Ganze nicht funktioniert? Ist doch total bescheiden. Abgesehen vom Donner, der ist toll. So, also Caroline, deine Lampe hier vergessen wir jetzt mal. Die schmeißen wir am besten aus dem Inventar und machen so wusch. Die können wir ja nicht mal aus dem Inventar schmeißen. Ist das eine Pisse, ey, ganz ehrlich. So, wir resetten mal, äh, die gute Caroline nochmal. So, Caroline, ich hoffe, dir geht's jetzt gut und die Lampe ignorieren wir einfach. Du kümmerst dich jetzt mal um deinen Sohn. Hast ja nur einen, Gott sei Dank. So, hier, kuscheln und danach kannst du ihn gerne mal auf den Boden füttern. So, Paul ist jetzt auch mit der Süßen da fertig. Dann kann er sich auch gerne nochmal auf den Boden füttern. Ne, Paul? So, dann kannst du mal schnell hier auf Toilette rüber... Flitzen, flitzen wollte ich sagen. Ich wollte wandern und flitzen in einem Wort sagen. Jetzt überleg mal, was das dann zusammen heißt. Okay, ja, alles ist gut. Oh, meine Güte, ich hab Spaß. Ich hoffe, ihr auch. Okay, äh, Caroline, wie weit bist du denn mit Preston, wenn du da... Okay, du musst mit ihm nur noch aufs Töpfchen. Und Melinda muss eigentlich nur noch ins Bettchen. So, Paul, dann kannst du sie mal gerne nochmal die Windeln wechseln und sie dann ins Bett legen. So, und Caroline, du kannst du mal hier das Ding ausleeren. Also, das Töpfchen. So, tadaa, leer, bitte. So, ey, sag jetzt nicht, dass Melinda wieder sonst wo hinrennt dafür. So, mach mal leer hier. Okay, Caroline kriegt schon wieder Schockzustache, weil ihr die sozialen Kontakte fehlen. Sollten wir mit ihr auch mal rausgehen, aber es ist schon ziemlich spät, um überhaupt noch irgendwo hinzugehen. Das ist ja doof. So, dann mach das mal leer. Und Paul, wo gehst du jetzt mit, äh... Gott, Melinda kann doch gar nicht da runter. Och, du bist auch ein Horst, ey. Melinda, geh mal da hin. Papa kommt gleich. Papa muss erst mal ein bisschen auch verwirrt machen. Ach, mein Geh. Ach, Mensch, Preston, ey. Du bist so eine Heulsuse. Jetzt hast du... Ach, Mensch. Hattest du nicht gerade eine Flasche? Wollte ich das sagen, ey. So, hier, Paul. Dann kümmere du dich jetzt mal um Preston, bitte. Du kannst ihm mal die schmutzige Windel wechseln. So, und Caroline, du kannst jetzt mal deiner Tochter hier die schmutzige Windel wechseln. So, hier, da, kitzeln. Und dann, äh, Windel wechseln. So, und dann kannst du sie hier ins Gitterbett legen. Tada. So, Paul, jetzt streng dich hier mal ein bisschen an. So, Preston geht es in der Hinsicht wieder gut. Äh, ja, setz ihn mal hier trotzdem nochmal aufs Töpfchen, damit wir das auch nochmal lernen. Und so, Preston Weiberung aufs Töpfchen zu gehen. So, und Caroline kümmert sich um die andere süße Maus. So, wo ist Pia eigentlich? Ich weiß das gar nicht mehr. Ach ja, die spielt unten mit den Bauklötzchen und mit dem Pferdchen. Sehr gut. Oh. Yay. Und Pia hat Level 3 der Logikfähigkeit erreicht. Kann das sein? Ich weiß es nicht, aber es ist gut möglich. So, ähm. Ja, Paul. Wie weit ist Preston? Nur soweit ganz gut dabei. So, ja. Meine gute Caroline, du kannst gerne wieder im Bett verschwinden. Dagegen hab ich nichts. Geh schlafen. Du bist ja völlig im Arsch. So, Paul. Schaffst du es jetzt, Preston einfach nur so zum Kitzeln hochzunehmen, ohne da gleich ins nächste Nachbarland zu rennen? Das wäre ganz, 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 ganz doll praktisch. Wirklich? Nein, es funktioniert natürlich nicht. Ah, okay. Aber es ist jetzt nicht das nächste Nachbarland. Es ist nur eine Stadt weiter. Okay. Ja, hoho, du klingst dir da Weihnachtsmann, ey. Oh Gott. So, hier, äh, Preston ins Kinderbett legen. Wie lange habt ihr eigentlich noch, ihr älter werdet? 32 Tage. Na ja, dann genießt das Leben, ne? So, ähm, ja, du müsstest aber eigentlich auch mal schlafen, Paul. Du kannst hier noch ein bisschen die Dinger leer machen. 41 Fahrzeuge wurden gelöscht und 10.000 Sims wurden geroutet. Alles klar. So, und dann kannst du dich hier auch gerne in die Falle hauen. So, Pia Maus, du bist fertig mit allem Möglichen. Ich möchte aber gerne, dass du hier nochmal ein bisschen auf dem Schaukelpferd reitest, damit wir hier noch ein bisschen was sehen. So. Hot de hü. Ist aber auch niedlich, oder? Rastet sie erstmal völlig aus mit ihrem Pferd. Sehr geil. So, jetzt bin ich auf die falsche Taste gekommen. So, ja, ich fand's toll, Pia. So. Ja, dann kannst du noch schnell was essen gehen, hast ja recht. So, ran in den Kühlschrank und Reste essen. Fisch und Chips. Guten Hunger. So, und dann schnapp dir hier mal dein Bett. So, schlafen. Und dann ab in die Dusche nachher, wenn du wieder wach wirst. Paul, bist du schon im Bett? Nein, du kletterst gerade hinauf. Melinda, du bist am Schlafen. Und der gute Preston auch. Caroline ist auch schon am Schlafen. Sehr gut. Wie geht's an unseren Tierchen? Piggels, der frisst ganz fleißig. Sehr schön. Dich müssen wir auch mal wieder bürsten, war Piggels? Das schaut schon wieder ein bisschen danach aus. So, was können wir denn noch mit dem machen? So, mach ich mal kurz Pause hier, damit wir mal ein bisschen Uhr reinkriegen in die ganze Sache. So, aber unser guter Grady, der räumt jetzt hier immer alles weg, was so Knochen heißt und Piggels und Fieber irgendwo hingeschnippt haben. So, dann musst du dir hier ein neues Spielzeug holen. Kein Platz für neues Spielzeug bestimmt. So, dann gehen wir eine Etage höher und holen uns da irgendwo neues Spielzeug. Ist da alles gar kein Problem. So, wo haben wir hier eigentlich neues Spielzeug? Das ist die viel bessere Frage. Hier haben wir welches. So, dann hol dir das Spielzeug, mein Guter. Vollbeschnüffeln kannst du auch mal machen. So, Fieber, du musst mal zwischendurch ein bisschen deine Kontakte aufwerten. Dann kannst du das hier mal benutzen und dann kannst du hier drüben mal kratzen gehen oder hier unten am Kratzenbaum, wie auch immer. In den Schlafen kratzen solltest du doch. So, äh, kratzen. Tada. Und Piggels kann dich dann mal irgendwann beschnüffeln, beziehungsweise du ihn. Wo ist Piggels eigentlich? Ach, hier unten, so. Dann Sophie Ball und freundlich und Kontakte knüpfen und sowas. Und, äh, ja, diverses anderes Zeug. So, jetzt habe ich ihn gar nicht mehr gefasst gekriegt. Hauptsache, ihr kommt erstmal irgendwie beieinander. Das wäre doch schon mal echt wichtig. So, Caroline, wie lange schläfst du jetzt hier noch mit dem guten Paul? Eine halbe Ewigkeit, ich sehe schon. So, kleine Pia läuft jetzt auch ins Bett und schläft dann auch endlich mal. Irgendwann, das dauert ja wirklich ewig. Liegst du jetzt mal im Bett, Mäuschen? Das dauert ja wirklich ewig. Ja, liegt bestimmt an ihrem neuen Outfit, was sie sich erstmal umziehen musste. Aber das macht ja nichts. So, deine süße Träume, Pia. So, und Melinda und Preston. Preston, bist du wach oder was? Ja, nee, du schläfst. Ja, vielleicht hast du ein bisschen länger zum Einschlafen gebraucht. So, dann schauen wir einfach mal zu, wie ihr hier noch ein bisschen schlaft. Aber eigentlich können wir für diesen Part auch Schluss machen, denn 15 Minuten sind um und die anderen Parts gehen ja jetzt wirklich lange diese Woche. Und, äh, ja, ich hoffe, ihr hattet sehr viel Spaß beim Zusehen und wir sehen uns dann einfach beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, ciao! Ja, ciao!